Mit R11 bevölkert mein erster Roboter mit Kettenantrieb mein Robo-Spatium. Antrieb und Lenkung erfolgen durch das Ansteuern zweier Motoren, es ist keine Lenkmechanik nötig. Der Roboter kann somit vorwärts... ...und rückwärts fahren... ...sowie sich auf der Stelle links herum... ...oder rechts herum drehen. Ferner kann der Roboter durch entsprechendes Ansteuern der beiden Motoren Kurven fahren. Die mechanischen Komponenten entstammen dem 3D-Drucker und sind aus PLA gefertigt. Die elektronischen Bauteile habe ich von meinem Sponsor RS Components erhalten. Der Zentralcomputer ist ein Raspberry Pi Modell B Plus mit einem WLAN-Stick zur Anbindung ans Internet. Bei den Antriebsmotoren handelt es sich um zwei Servos für kontinuierliche Rotation... ...an welchen die gezahnten Antriebsräder mit einem Durchmesser von 60mm angeflanscht sind. Über die Kettenglieder werden die hinteren Räder mitgedreht. Ein Raspberry Kameramodul dient zum Übermitteln der Live-Bilder aus meinem Roboterraum. Diese Kamera kann über ein drittes Servo vertikal geschwenkt werden. Insgesamt 8 LEDs dienen zur Beleuchtung der Umgebung bei Fahrten in Dunkelheit. Im Zentrum der Beleuchtungseinheit befindet sich eine Infrarotdiode und ein entsprechender Empfänger. Über diese Schnittstelle kann der Roboter mit Modulen in seiner Umgebung kommunizieren. Hier verwende ich einen Arduino Uno als fernzusteuernes Modul. Über die Infrarot-Schnittstelle können Befehle zum Schalten der angeschlossenen LEDs... ...Kommandos zum Verstellen des Servo-Arms oder Sequenzen zum Ansteuern sonstiger Peripherie gesendet werden, das bringt Bewegung ins Robospatium. R11 besitzt im Fahrzeugboden eine Batteriebox, spätere Versionen dieses Roboters werden auch fern des Stromnetzes operieren können. In der momentanen Ausbaustufe erfolgt die Stromzufuhr über einen Mast oben auf dem Fahrzeug mit einer Anti-Vertrill-Vorrichtung für die Leitungen. Die 12V Eingangsspannung werden über einen Stepdown-Converter auf für den Raspberry Pi und die Servos verträgliche 5V reduziert. Die Elektronik ist auf einer kleinen Platine verlötet, die direkt auf die GPIOs des Raspberry Pi gesteckt werden kann. Die Abmessungen des Roboters ohne den Strommast betragen etwa 20x17x11cm. R11 ist der erste Prototyp einer neuen Generation von Rovern für meinen frei zugänglichen Roboterraum. Gesteuert werden kann dieser Rover wie gewohnt über ein Browser-Interface von jedem Punkt auf diesem Planeten mit Internetzugriff. Hier verwende ich einen Pi-Top, einen Laptop mit einem Raspberry Pi als Hauptplatine. Auf meinen Seiten könnt ihr die Steuerung von R11 übernehmen, wozu keinerlei Registrierung nötig ist, probiert's mal aus und hinterlasst einen Kommentar zu eurem Fahrerlebnis. Dort findet ihr auch die 3D-Dateien, den Schaltplan der Elektronik und eine vereinfachte Version der verwendeten Software als Download. Innerhalb meines Robospatiums werde ich Stromschienen installieren, wodurch mehrere Roboter parallel in dem Raum fahren können. Wer mich beim Betrieb und weiteren Ausbau meiner Roboterprojekte unterstützen möchte, kann gerne die Spenden-Schaltfläche auf meinen Seiten benutzen. Vielen Dank an alle bisherigen Unterstützer! In diesem Sinne, danke fürs Angugge und bis bald! 2 Sekunden Angewissheit 2 Sekunden 43 Sekunden 4 Sekunden 3 Sekunden 4 Sekunden 5 Sekunden